was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch allen da draußen ich hoffe euch allen geht es richtig gut und ich hoffe ihr freut euch auf ein neues video ja freunde in diesem video geht es um das tunables update welches wir heute in gta online erhalten haben ja freunde heute ist donnerstag und donnerstags bekommen wir ja immer ein tunables update in gta online neu hinzugefügt bzw rockstar games schaltet das einfach auf knopfdruck frei weil wir dort dann eben neuen content erhalten den wir bereits mit dem letzten dlc in diesem fall dem contract dlc im dezember heruntergeladen haben und so war das auch heute wieder wir haben einige neue dinge in gta online hinzugefügt bekommen und in diesem video möchte ich mit euch über den neuesten spielmodus sprechen den rockstar games heute in gta online freigeschaltet hat diesen werde ich heute euch heute hier in diesem video zeigen ich werde ihn euch erklären und zudem zeige ich euch dass ihr noch etwas in gta online heute geschenkt bekommen könnt freunde wenn euch das ganze gefällt zeigt es mir auf jeden fall mit einem daumen nach oben vergesst nicht das video mit euren freunden da draußen zu teilen vergesst nicht mehr auf instagram zu folgen wenn du mir da noch nicht folgt wie fg unterstrich unterstrich yt und dann würde ich sagen starten wir in das eigentliche video rein also auf geht's und zwar handelt es sich bei diesem neuen spielmodus um einen neuen gegner modus ja freunde wir haben das erste mal seit knapp zwei jahren heute endlich mal wieder einen neuen gegner modus in gta online hinzugefügt bekommen und zwar nennt sich dieser gegner modus double down double down ist für zwei bis zehn spieler ausgelegt und verfügt über sieben unterschiedliche maps und wenn ihr double down jetzt auch mal spielen bzw testen wollt dann könnt ihr das ganz einfach machen indem ihr euer pause menü öffnet dann geht ihr dort auf den karteireiter online dann geht ihr auf jobs jobs spielen von rockstar erstellt und dann geht ihr dort einfach runter auf die gegner modis ja welche überraschung ist es ein gegner modus also ist das auch in der kategorie gegner modus drin und das wollt ihr dann eben noch runter bis ihr den namen double down findet dann könnt ihr euch eine der sieben unterschiedlichen maps aussuchen und das ganze ganz einfach starten by the way aktuell gibt es dreifaches geld und dreifache rp auf double down noch die komplette woche also lohnt es sich gleich doppelt beziehungsweise gleich dreifach diesen gegner modus mal abzuchecken und zu schauen ob das was für euch ist oder ob dieser gegner modus er nichts für euch ist also freunde in diesem gegner modus geht es darum dass zwei unterschiedliche teams gegeneinander antreten und beide teams haben unterschiedliche ziele diesen spiel modus zu gewinnen zunächst einmal gibt es dort das team der angreifer die angreifer bestehen ganz einfach aus normalen gta online charakteren und die verfügen als waffe über eine abgesägte schrotflinte und zudem haben die eben unendlich viele leben die sie eben in diesem spiel modus nutzen können das heißt werden die erschossen vom gegnerischen team dann respawnen die neu und das spiel geht ganz einfach weiter und das andere team besteht dann bzw das team der verteidiger besteht dann eben aus zwei charakteren als maximum zwei charaktere je nachdem wie viele spieler eben in diesem spiel modus mitspielen und zwar handelt es sich hierbei um franklin und lama und franklin und lama haben einige vorteile im gegensatz zu den online spielern denn franklin und lama verfügen über deutlich mehr gesundheit also wenn ihr auf die schießt nehmen die deutlich weniger schaden als ihr und zudem verfügen die über viel viel mehr waffen als die ganzen online spieler und zudem können franklin und lama auch noch ihr interaktionsmenü benutzen und ihre gesundheit wiederherstellen indem die snacks fressen und das macht diesen spiel modus auf jeden fall wenn ihr eben so wie ich das hier in diesem video gemacht habe eins gegen eins spielt deutlich unfairer denn da ist auf jeden fall franklin dann im vorteil und ja das ziel wie gesagt dass jetzt jetzt nun eben für die online spieler franklin und lama zu töten da franklin und lama eben nur über ein einziges leben verfügen sobald franklin und lama getötet wurden endet dieser spiel modus und die online spieler gewinnen diesen spiel modus und franklin und lama haben jetzt nun eben das ziel die angreifer einfach abzuwehren und die die zeitspanne die der gegner modus eben läuft diese ganz einfach zu überleben und wenn die zeit wenn das zeitfenster abgelaufen ist dann gewinnen eben franklin und lama ich kann euch nur empfehlen spielt diesen spiel modus nicht so wie ich das heißt ein franklin gegen einen online spieler denn da ist das ganze mega unfair geht auf jeden fall hin und guckt dass es ausgeglichen ist das heißt dass ihr da ein paar spieler rein bekommt dass ein paar online spieler dann eben nur gegen franklin bzw gegen franklin und lama antreten denn dann ist das ganze halt auch viel fairer und macht auch viel viel mehr spaß und ich kann euch nicht empfehlen spielt bloß nicht die zweite map von diesem gegner modus denn diese befindet sich auf einem fahrenden zug das heißt franklin und lama befinden sich dort auf einem fahrenden zug und die online spieler befinden sich auf motorrädern und müssen franklin und lama daneben vom fahrenden zug mit einer abgesägten schrotflinte runterschießen und das ganze ist für die online spieler auf jeden fall extrem schwer während franklin und lama einfach mit auto aim die motorradfahrer der reihe nach abschließen können deshalb kann ich euch nicht empfehlen map 2 macht keinen spaß von diesem gegner modiert die anderen maps davon sind doch recht ordentlich und wenn man meiner meinung nach eben dort mehrere spieler drin hat dann machen diese maps auch richtig viel spaß außerdem gibt es noch ein neues geschenk von rockstar games wenn ihr euch diesen gegner modus in dieser woche einmal anguckt beziehungsweise einmal gespielt habt denn dann bekommt ihr noch diese pastellgrüne hausjacke die ihr gerade hier schon im hintergrund seht diese bekommt ihr dann ganz einfach von rockstar games beschenkt dafür dass ihr eben hier als kleine belohnung diesen gegner modus mal in dieser woche getestet habt was auf jeden fall ja ein weiterer grund dafür ist eben diesen modus einmal auszuchecken und zu gucken ob das was für euch ist meiner meinung nach wenn man viele spiele hat macht dieser gegner modus auf jeden fall spaß spielt man nur zu zweit dann macht er nicht wirklich viel spaß aber das müsst ihr selber wissen schreibt mir mal in die kommentare ob ihr den gegner modus spielen werdet ob euch der gegner modus spaß macht das würde mich an dieser stelle auf jeden fall mal interessieren und ja weiteren content haben wir jetzt heute nicht mehr bekommen mit ausnahme von einem neuen motorrad welches 2,5 millionen gta dollar kostet und einer neuen event woche darüber werde ich aber morgen dann ein separates video machen weil sonst würde dieses video hier halt einfach viel zu lange gehen und deshalb gibt es dazu einfach morgen dann noch ein separates video wo wir uns dann noch das neue motorrad und die neue event woche zusammen angucken werden freunde ich hoffe das video hat euch gefallen ich hoffe das video war informativ für euch und wenn dem der fall gewesen sein sollte dann zeigt es mir auf jeden fall mit einem daumen nach oben folgt mir auf jeden fall noch auf instagram dfg unterstrich unterstrich yt teilt das video noch mit euren freunden da draußen damit die diesen gegner modus da auch kennenlernen und ansonsten bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen wir hören uns morgen im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut da rein und ciao